Willkommen Freunde zurück bei The Witcher 3 Wir haben im letzten Part unsere Sachen ähm Huch, ne hier wollte ich nicht hin, Moment Äh hier auch nicht, Irgendwann krieg ich noch raus, wenn ich die Taste wofür ist Moment, ich wollte... Ach halt doch die Klappe hier Mensch Ich, hier wollte ich hin, genau Wir haben hier so viele Sachen, da muss ich jetzt erstmal nachschauen Äh, 15 Rüstung Da, ziehen wir erstmal das an Die sind schlechter, schlechter, die sind besser Ziehen wir die Stiefel an Schwerter, das ist ne Axt Erstmal bei den Schwertern gucken Äh, das hat mehr Schaden Das hat sogar noch mehr Schaden, dann nochmal auswechseln 19 21 3 Können wir das hier reinlegen, nein? Ach das könnte... ne das... das würde ich ja nicht Silberschwert haben wir so gar nicht, ne Silberschwert haben wir so gar nicht, ne Was haben wir hier noch? Die Hosen, die Jagdhose ist wirklich tatsächlich besser Na gut Ziehen wir die an Die Handschuhe sind auch besser Tauschen wir, zack Machen wir mal etwas Ah, das ist wegwerfen Benötigt Stufe 6 Haben wir noch nicht, schade Jetzt sehen wir zwar zugegebenermaßen ein bisschen merkwürdig aus Aber Ah, das sind Spielerwerte Aha Adrenalin Axt Ach so, das sind die Zeichen 7 Stunden, Minuten, 2 Sekunden Äh, ja, ok Ok So, was ist das? Gewöhnlicher Gegenstand Kann bei der Vietbank in Norwegen gegen Kronen mit eingetauscht werden Man muss das Geld Das Geld musste man ja auch noch tauschen Ach du meine Güte Na gut Ah, hier haben wir so Die ist fast voll, das gefällt mir nicht Gegenstände Ich drück mal kurz hier F Nach Was soll's Was ist gut Was ist der Unterschied? Egal Ähm Das sind alles Zutaten Ich weiß nur nicht genau was wir damit machen können sollen Bücher Na gut, wir sind auf jeden Fall etwas besser jetzt ausgerüstet Na schickst du dich aus Karte Wir sind ja noch dabei hier Im Wissengarten Äh, nein, wer heißt das? Weißgarten So Äh Ein paar Sachen zu kundig übersagen, gehen wir da hin Machen wir jetzt so eine Reise Einmal rum mal gucken, wie wir kommen heute Faules Pferd Wenn ich Pfeifele kommst du her Oha, setzen Kann man mit dem Hund was machen? Warte mal, das will ich mal kurz Nö, der knurrt nur Mögen die Götter dich schützen Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden Ich glaube, diese Pflaumen lassen meinen Magen verrückt Was ist mit deinem Gesicht passiert? Das ist eine längere Geschichte Ausgeburte Henne mit Schlangen Hey Nein, wie freundlich So Hier einmal querfeldein Flupp Ganz viele Zecken einsammeln Weiter so Plätze Ich hatte gerade einen ganz dämlichen Gedanken, aber Hm Das lass ich mal Schneller Ich kam gerade auf die glorreiche Idee so ein Hirsch oder Reh, oh was das war abzuschießen Wow Wow Ja, Pescher Zack Ohohoho Was war das denn? Auf der anderen Seite sind auch noch welche Auf der anderen Seite sind auch noch welche Wir kommen mit dem Pferd bestimmt nicht hier durch den Fluss, oder? Ne Das dachte ich mir, dass das nicht geht Gut Gut Dann gehen wir erst da hin Wir haben Fluss lang und dann über die Brücke Das muss der machbar sein Ja ist gut, ist gut Einer nicht wills Pferde können doch schwimmen Hm Gehen wir halt hier dann Gehen wir halt hier dann Was ist das? Langsam 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 Warte Das Fährt hat eine Reaktionszeit Was ist denn los? Irgendwas soll hier sein Aha Boah Voll mit dem Schädel An den Felsen geknallt Ok Aber er kann schwimmen, ja? Nur das Fährt ist zu blöd dazu, oder wie? So, dann gehen wir jetzt da hin Das ist nicht dein Tag Das ist nicht dein Tag Nein Zack Aua Das nehmen wir mit Das nehmen wir mit Das nehmen wir mit So Gut Ok Ok Das war das Dann gehen wir jetzt da hin Ist so gut nicht es ist wieder über den Fluss müssen wir über den Fluss okay zum Zubrück zurück zur Brücke was war das Magie ein Ort der Macht ein Bär wo ist mein Feuer so Irrden-Zeichen was war Irren magische Falle und wir haben wieder einen Punkt dazu bekommen na nicht ganz hier nein doch hier oder und dann mache ich direkt das hier auf drei so okay gut gut ja Geralt ist klar so dann geht es jetzt hierhin los los auf warum schreit der das Pferd eigentlich immer so an oops hoppala oh Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Noch einer. Kann ich eigentlich beide gleichzeitig? Weiß ich nicht. Mal schauen. Ja. Quenzeichen haben wir jetzt auch noch. Nein, nein. Äh, das ist auch nicht. So, dann. Das sind Tränke hier, ne? Höchste Toleranz braun. Machen wir das mal. Oh, ich weiß... Ewa... Ich weiß noch nicht genau, was hier am besten ist. Langsamer. Deswegen... Einfach mal eine bunte Mischung irgendwie. Du bist nicht der einzige mit einer Fernkampfwaffe. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Werde das? Ah. Aber... Wie geil, die sind so weit weg. Ja, ich weiß nicht, was hier ist. Ich weiß nicht, was hier ist ein Lieferer... Ich weiß nicht, was hier ist. Ich weiß nicht, was hier ist. So, haben wir hier denn jetzt mal alles? Nö, hier hinten aber noch ganz viel Achtung. Gut. Dann da hin. Los. Nein! Du blöder Wolf! Och, Mann! Das kann doch nicht sein. Okay, wir sind hier. Wo ist denn da Pferd? Ja, hier steht sie. Ja, Geralt, wenn dann vorbei. Komm, steck. Hallo. Weiter so, Plätze. Schneller. Gut, wenn wir uns die Wölfe jetzt in Ruhe lassen, dann hauen wir auch einfach ab. Okay. Okay. Vielen Dank. Wie haben wir das denn jetzt gemacht? Ja! Durch die Wand! Komm! Jetzt muss ich hier raus. Na toll, jetzt haben wir uns hier drin gef... Na toll, was soll ich denn jetzt machen? Wie ist das hier reingekommen? Da ist noch eins. Okay, wir kommen erstmal nicht hier raus. Komm her, du scheiß Vieh! Das Pferd steht da im Weg. Oh, sehr gut, danke. Hä? Was jetzt? Ach, wir haben ein Dorf befreit. Wir haben ein Dorf befreit und die Leute kommen zurück. Wer ist unter Pferd? Wir haben was Gutes getan. Oh, ist das schön! Ist das schön! Was haben wir denn jetzt hier? Du verkaufst was? Hallo? Ne, du verkaufst nicht. Hallo? Sei gegrüßt! Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Der hat keine Karten. Vielleicht können wir dem ein paar Sachen... Obwohl ich weiß... Ne, das brauchen wir doch besprochen. Ich weiß nicht, was wir hiervon brauchen. Deswegen verkaufe ich erstmal... Weil wir haben so viele Schwerte und alles doppelt alles... Nein, ich verkaufe erstmal nichts. Ich weiß nicht, was wir brauchen. Lebt wohl. So. Ich werde dir nie vergessen, was du für uns getan hast. Das Pferd frisst... Okay. Das Pferd frisst dir gerade, äh... Das Heu von denen weg. Hui! Woher kommst du? Ich komme vom... Von Süden und will noch Norden. Was? Gnade! Bitte nicht töten. So, alles gut. Gesundheit. War es schwer, das Blatt hier zu erschlagen? Nein, war nicht schwer. Ein Hieb. Und das war's. Hallo. Ein, zwei, drei. Die alte Hecke. Der ist vorhin in uns reingerannt. Ja gut, freundlich würde ich mal sagen... Hier in diesem wunderschönen Dorf... Ey, was denn? Woher kommst du? Bitte nicht töten. Ach, komm komm her, ihr Wölfe. Weg ist er, guck, schaut mal, ist er wieder. Ja gut. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns. Da ist noch eins. Wo ist er? Da ist er. Da bist du heftig. Das ist ein Wolf. So, jetzt aber. Immer noch? Ist doch nix mehr. Alles gut. Freunde, wir sehen uns im... Nächsten Partie wieder. Oh. Oh. Das... Okay. Ich spiele doch nicht schon wieder gut. Nur noch... Und hoffen, dass uns das Böse verschobt. Woher kommst du? Freunde, das war's für heute mit The Witcher 3. White Hunt im nächsten Part. Machen wir hier weiter. Und ich sag erstmal, bis dann. Und äh... Tschau. Tschau. Tschau.